Ich hoffe, dass du hier schon ganz, ganz tolle Schultüte dabei wirst. Wir machen es so, dass du in die Schultüte zu Hause erst reinguckst. Ich glaube, sonst wird das hier ein großes Durcheinander. Es ist halt ein bisschen abwarten, die Spannung noch ein bisschen aushalten. Aber ich habe mir gedacht, nachdem du ja die Schultüte nur heute mitbringst und sonst die ja immer zu Hause dann wieder bleibt, weil den ersten Schultag gibt es ja nur einmal, habe ich hier ein Platz für dich, wo du mal deine Schultüte genau so anmalen darfst, wie sie jetzt vor dir auf deinem Tisch liegt. Bei manchen habe ich schon zehn sind richtige Kunstlöcke, da ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber ich bin mir sicher, das kriegst du hin. Hallo. Genau, du nimmst jetzt als erstes mal dein Mäppchen aus deinen Schulranken raus. Ich denke, das hast du dabei, das Mäppchen für deine Kunststüte. Ich bin mir sicher, dass deine Schultüte ein bisschen am Boden oder in Scheibe rutschen, dass dein Mäppchen auch nackt. Die Schultüte Ich nehm dir dann dein Blatt auf deinen Tisch. Du darfst dann einfach selber leise für dich anfangen, in deinen Schuh zu dir anzumalen. Du kannst dir auch Zeit lassen, du brauchst dich nicht mehr ein. Und ich kann dabei deine Mama und dein Papa einfach nicht sagen, wie gesagt. Okay? Leider die Stifte rausholen. Egal, ob du mit Holzfarben malst oder mit Silzstiften. Du darfst jetzt machen. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017